Sehen Sie, was passierte, als Megan Venus Williams konfrontierte, die über Harrys Espear-Evoort grenzte. Venus mag unsere Megan definitiv überhaupt nicht. Mir gefällt auch, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht für Harry eingesetzt hat. Sie verheimlichte es nicht. Ich frage mich, ob sie wegen der Erfrierungen der Venus früher abgereist sind. Hoffentlich hat Harry noch etwas Lippenkrempf an Elisabeth Arden zu Hause. Sie starrte Megan an, und als sie gingen, sprach Megan mit ihr, und sie antwortete ihr kaum. Harry sprach auch mit ihr und sie sah ziemlich kalt aus. Sie musterte Megan von oben bis unten, als sie aufstand und klatschte, und sie klatschte kein einziges Mal, nicht einmal höflich. Sie saß eiskalte da. Venus ist nicht wie Serena bei WME angemeldet. Venus weiß, dass Megan von WME zu Serena gezwungen wird. Dieser Blick verrät mir, dass Venus weiß, dass Megan für den Espeer-Evoort bezahlt hat. Sie weiß, dass eine Seele, die es verdient, ausgeraubt wurde. Venus sieht sie an und sagt, was ist mit dieser Frau los? Ich muss es lieben. Menschen können alles sagen, was sie wollen, aber der Körper lügt nie. Die Augen sind das Fenster zur Seele, sie haben nie eine gewisse Wahrhaftigkeit gehabt. Ich würde gerne wissen, ob William und Katharina einen Sicherheitsdienst hinter sich hatten. Wann haben die Baus-Superstars Sicherheit im Publikum bei den Oscars? Doch diese beiden Trottel müssen beim Espeer einen in Reichweite haben. Es ist bizarr, weil sie ständig von Menschen umgeben sind, die reicher als sie, wichtiger als sie und einfach bessere Ziele als sie sind. Diese Leute brauchen auch kein Sicherheitspersonal, Megan und Harry aber offenbar schon. Es dient nur dem Aussehen. Venus sah sie beide verächtlich an. Als Harry die Auszeichnung entgegennehmen wollte, verschränkte sie die Arme, lehnte sich von der Kränkung weg und beugte sich so nach vorne, dass sie beide sehen konnte. Sie hatte dieses höhnische Grinsen im Gesicht. Als er aufstand, klatschte sie nicht und beäugte Megan von oben bis unten, und ihr Gesichtsausdruck war urkomisch. Als sie gleich danach gingen, lächelte sie sie nicht einmal an. Selbst als sie mit ihr sprachen, sah sie sie äußerst kalt an. Megan Markeler ist wahrscheinlich die größte wahnhafte Hexe in Hollywood, und ich glaube wirklich, dass jeder sie hasst. Normalerweise bekommen wir einfach keine Beispiele zu sehen. Ich vermute, dass Serena ihre Geschichten und ihre wahren Gefühle erzählt. Schwestern werden immer füreinander einstehen. Denken Sie an Solange und Beyoncé. Serena macht nie persönlich etwas mit M.M. Sie lud sie nicht zu ihrer Babyparty ein, an der viele berühmte Gäste teilnahmen. Sie folgt A.R.O. nicht. Ich bin mir sicher, dass sie etwas Marmelade bekommen hat, aber nichts gepostet hat. Vielleicht war sie in den ersten Tagen eine Freundin, aber M.M., die schrecklich falsche Person, die sie ist, zeigte schließlich ihr wahres Gesicht und Serena verstand die Botschaft. Es gibt keinen anderen Grund für Venus, sich ihnen gegenüber so zu verhalten, wie sie es getan hat. Wer weiß, vielleicht hat M.M. sogar etwas getan, um Serenas Tochter zu beleidigen, die im Publikum war, und Tanten sind noch beschützerischer als Schwestern. Denken Sie an Safia und Camilla bei der Beerdigung der Königin mit den Kindern. Als sie unter lautem Geschrei den dramatischen und demütigenden Abgang vollzogen, umarmte M.M. Serenas Ehemann an ihre Tochter. Es sah so aus, als würde die Tochter ihren Arm heben, vielleicht um sie auch zu umarmen, aber M.M. drehte sich um und begann, sich zu entfernen. Venus hat auch Freunde innerhalb der schwarzen Community, die deutlich gemacht haben, dass sie Meghans Nummer nicht haben. Beyoncé, Carrie, Kelly. Sehr interessant. Hat sonst noch jemand bemerkt, dass es Makel war, die die Standing Ovations anführte, was das Signal für ihre bezahlten Klingeltöner im Publikum war, sich zu erheben, und dann folgten andere? Ungefähr die Hälfte stand auf, die andere Hälften nicht. Ich bin seit 30 Jahren in der PR tätig und das ist eine gängige Taktik. Sobald jemand steht, folgen die Menschen wie Schafe. Ich war froh, dass die Hälfte des Publikums nicht stand. Leider hatten die Zuschauer Gelegenheit zu buhlen, als Harry aufstand und auf die Bühne ging, aber niemand buhte oder zeigte Unmut. Warum war es so? Weil diese Promis und Sportler glaubten, er hätte Anspruch auf die Auszeichnung? Dass sie das Königtum respektieren? Oder lag es daran, dass viele im Publikum die gleiche Politik vertreten? Sie unterstützen ihre eigenen, egal was passiert. Interessant ist auch, dass Megan ihre Freundschaft mit Serena zur Schau gestellt hat, aber nie mit ihrer Schwester. Scheint, als wären sie nicht so nah dran.